Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der ZHAW ist mit seinen Vertiefungen Industrial Engineering, Wirtschaftsmathematik sowie Service Engineering und Marketing einzigartig in der Schweiz. Insbesondere der Erwerb von analytischen Fähigkeiten und die quantitative Modellbildung und Simulation stehen im Vordergrund. Im Unterricht setze ich auf möglichst aktive Mitarbeit der Studierenden. So verwenden wir zum Beispiel die Simulationen, um verschiedene Produktionsarten erfahrbar zu machen. Auf diese Art und Weise sehen die Studenten verschiedene Produktionsszenarien live und nicht nur auf dem Papier. Im Wirtschaftsingenieurwesen deckt man ein sehr grosses Spektrum an Wissen ab. Es werden mathematische, naturwissenschaftliche, technische und natürlich auch wirtschaftliche Bereiche abgedeckt. Und schlussendlich ist man dann in der Lage, Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Bereichen zu sehen. Die Berufs- und Karriereperspektiven im hochinteressanten Spannungsfeld von Technik und Wirtschaft sind exzellent. Ob klassische Produktionsbetriebe, Versicherungen und Banken oder Dienstleistungsunternehmen und Verwaltungen, überall werden gut ausgebildete Ingenieure und Ingenieurinnen mit fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen gesucht. Ich arbeite als Projektleiter bei der AMAG Group Aftersales. Group Aftersales ist Teil vom Import. Der AMAG importiert VE, SEAT, CODA und Audi für die ganze Schweiz. Und ich bin im Aftersales tätig. Das heisst, alles, was eigentlich nach dem Verkauf des Fahrzeugs passiert, unterstützen wir systemtechnisch und von den Prozessen. Ich persönlich würde den Studiengang auf jeden Fall weiter empfehlen. Er bietet sehr viel im Bereich Prozessoptimierung, Simulation. Das sind alles Sachen, die ich auch im täglichen Arbeiten jetzt wieder anwenden kann. Also beispielsweise in der Logistik, wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren, brauche ich das sehr oft und eigentlich fast täglich. Ich bin hier bei der Burkhard Compression tätig als Lean Coordinator. Wir arbeiten zusammen mit den verschiedensten Mitarbeitern Lösungen für aktuelle Probleme und versuchen aber auch langfristig zu denken und mit ein bisschen Visionen zu schaffen und über den Tellerrand auszuschauen, auch zum Burkhard langfristig weiterzubringen. Das Studium hat mir insofern geholfen im heutigen Job, dass ich wie so gelernt habe, ein bisschen genauer hinzuschauen und auch zu hinterfragen, wieso mache ich etwas so, wieso produziere ich es genau so, wie es momentan gemacht wird. Und ich habe natürlich dann auch die Methoden und die Instrumente kennengelernt, wie kann ich es verbessern, wie kann ich es optimieren, wie kann ich strukturiert dahinter gehen. Ich bin Prozessleader. Ein Prozessleader planet, steuert und optimiert Produktionsprozesse. Das beinhaltet auch die Bereitstellung von Betriebsmitteln. Es geht darum zum Qualitätsprüfungen durchzuführen an den Produkten und schlussendlich auch während der Entwicklung eines Produkts gewisse Inputs geben in das Design, damit die optimal produziert werden können. Ich finde das Spezielle im Studiengang ist, dass es moderne Disziplinen wie beispielsweise Informatik, aber auch Prozessimulationen miteinander verbindet, dass ich diese jetzt in der Berufswelt auch anwende und dass die auch gefragt sind.